Es ist der 2. Juni. Es ist der 19. Tag nach meinem Unknick-Umfall. Wunderschönes Wetter. Nicht viele Gäste da, kurz vor Pfingsten. Und morgen wird wohl die große Anreisewelle sein. So, schauen wir uns doch mal an, wie der Fuß aussieht. Schätzebacke, hier bin ich. Meine Krankenschwester. Aber eigentlich ist das ja mein kranken Bruder, ne? Wollen wir die Krücken hier wegnehmen? So, meine Chorelle. Seht ihr selbst? Der Fuß sieht immer noch aus wie ein Sofa. Knautschig. So, dann muss es mal näher an. Du wirst ja von der Seite zuerst. Ja, ist egal. Erzähl was dazu. Du siehst ja mehr als ich. Ja, sieht von Tag zu Tag besser aus. Jetzt ist die Sonne natürlich so hell. Also der Knöchel ist immer noch ein Wöchel. Wado und Knöchel in allem sind ein Wöchel. So, dann sieht man es besser. Schauen wir mal an die andere Seite. Ja. Und hier noch ganz gering. Und hier. Ja, man sieht ja auch noch die Schwellung. Ja. Unterm Fuß? Siehst du da? Ist da noch die Stelle zu sehen? Nö. Die ist weg, ja? Ja, die ist weg. So, so sieht das dann jetzt aus. So, mit ein bisschen Deko hier. Blümchen. Ja, das habt ihr zu erwarten. Von Tag 19 nach eurem Ränderriss. Macht's gut. Bis morgen. Bis morgen.